Hallöchen meine kleinen Kartoffelchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge auf dem Septoffel-Server. Ganz kurze Info vorab, der erste Teil des Videos wird sich mit einem Gebäude oder einem Gebilde auf dem Server befassen. Das ist nämlich ein riesengroßes Pixel-Art, welches ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Und dann geht's weiter mit einer Runde, Rocky sagt, das heißt, freut euch auf ein bisschen Abwechslung auf dem Septoffel-Server und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar und eine Bewertung da, ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Viel Spaß bei dem Video! Ja, wir stehen hier auf einem bunten Haufen unwillkürlich zusammengesetzter Blöcke. Was es damit auf sich hat, ist nicht irgendwie eine neue Spieleform von Blockparty auf unserem Septoffel-Server, sondern das Ganze hier ist ein Pixel-Art tatsächlich. Man könnte es aus dieser Sicht, wenn man hier rüber geht, ja schon ein bisschen erkennen. Das soll irgendein Muster ergeben. Und Dankeschön auch nochmal an die ganzen Erbauer. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil ich sowieso irgendwen wieder vergesse. Und deswegen sage ich einfach Dankeschön an alle, die die mitgebaut haben. Und einige von euch werden sich denken, was haben wir da denn gebaut? Das fühlt sich ja voll komisch aus. Ich kann jetzt ja mal ganz nach oben fliegen und wir gucken dann einfach mal, was es geworden ist. Ich gebe mal ein Stückchen Gas und man sieht es schon eventuell. Es ist ein Foto von mir und der Karo von Instagram. Wo wir Pausbäckchen haben. Wo wir, was für Dinger? Pausbäckchen. Chaosbäckchen? Pausbäckchen. Pausenbäckchen. Genau. Das ist schon, also guckt euch das Ding bitte an. Es ist 300 mal 300 Blöcke groß und es ist einfach ein richtig cooles, jetzt lädt bei mir der halbe Kopf von dir nicht leider. Es ist richtig cool geworden und vor allen Dingen auch richtig groß. Und es sieht leider nur dohl aus, wenn man das Standard-Texture-Pack drin hat. Also wenn ihr das in unserer Kreativwelt findet, dann müsst ihr es tatsächlich mit dem Standard-Texture-Pack angucken, ansonsten sieht es ein bisschen komisch aus. So sieht es aber meiner Meinung nach richtig nice aus, oder? Sehr nice. Ich mag das voll. Vor allen Dingen, Karo sieht so knuffig aus wie in echt. Ist ja klasse. Ist ja auch ein Foto. Ja. Ist ja auch ein Foto von ihr in echt. Von Knuffel. Gut, ähm, genau. Was? Gut, ja, das war es eigentlich schon. Das wollten wir euch nur ganz kurz zeigen, dass diese Leute hier was gebaut haben, was ziemlich, 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 ziemlich fettes. Und, äh, ja. Dann, äh, hoffe ich, dass das Pixel-Art euch auch genauso gut gefällt wie uns. Ja. Okay, dann halt nicht. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir fangen mal super duper an. Ähm, also Karo und Eki machen außerdem auch mit. Ich gehe stark davon aus, dass, äh... Nein. Doch, macht ihr. Ich fliege bestimmt gleich raus. Und Karo und Eki werden natürlich jetzt erst rausfliegen. Davon gehe ich stark aus. Ja. Gut. Ja, ja, ja. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen gleich an. Und zwar mit, äh, Rocky sagt, stehen bleiben. Rocky sagt, mich angucken. Weggucken. Zwei Leute sind raus. Und das sind die Teresa und ich sehe es, Alexis. Boah, Karo, wer können das? Wir sind noch nicht draußen. Nein. Geh da raus, Alexis. Ja, sehr gut. So. Oh, wie? Oh, wir müssen da hinten noch eine Losers-Lounge entbauen. Eki! Hier. Wir brauchen eine Losers-Lounge. Alles klar. Nee. Mach ich. Nicht jetzt. Nee. Nicht jetzt. Okay. Rocky sagt, ducken. Aufstehen? Ich muss auch in die Losers-Lounge. Rocky sagt, rückt mal alle ein Stückchen mehr zu. Gehst du bitte mit deinem Bikini weg? Das ist ja ekelig. Rückt mal alle, äh, Quatsch. Rocky sagt, rückt mal alle mit euren, ein bisschen zusammen hier in der Mitte. Dass ihr alle in dem gleichen Chap da drin steht. Genau. Aufstehen? Warum steht eigentlich Eki? Echt so? Eki raus. Okay, jetzt aber aufstehen. Okay, und da bist du raus, Frau Englisch-Buch. Okay, das spannende Finale zwischen Niki, Chiara und TT21. Wir können das nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Weiß noch. Und aufstehen. Rocky sagt, umdrehen. Einmal, also Rocky sagt, an die Wand gucken. Ja, 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 das steht da, ja, ja. Und aufstehen. Umdrehen. Rocky sagt, umdrehen. Aufstehen. Rocky sagt, aufstehen. Rocky sagt, einmal hüpfen. Rocky sagt, einmal hüpfen. Hüpfen. Oh Mann, ich hasse das, wenn das passiert. Guck mal. Warum kann sie sich umziehen? Das ist ja voll eklig. Dann wird sie ein Sixpack. Verstehe ich auch nicht. Warum habe ich das nicht? Und eine Muschelform, ja. Nein, sag's nicht. Rocky sagt, ducken. Rocky sagt, mitkommen. Ich habe nichts von aufstehen gesagt. Vor allem ist er pro nicht bedeckt. Ja, ja, Niki. Rocky sagt, aufstehen und mitkommen. Stopp. Also, Niki, bitte. Das ist ja wohl, okay, haben wir nur noch zwei. Rocky sagt, stopp. Rocky sagt, ducken. Aufstehen. Rocky sagt, einmal nach hinten drehen. Und wieder umdrehen. Rocky sagt, wieder umdrehen. Rocky sagt, einmal springen. Umdrehen. Was? Warum war das ein Hüpferchen? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden gerade. Rocky sagt, schaut mal die Ecke an. Ah. Rocky sagt, haut mal die Ecke. Au. Au. Und jetzt aufstehen. Nicht alle. Nicht die anderen auch noch. Rocky sagt, aufhören. Rocky sagt, aufhören. Ich habe doch gesagt, Rocky sagt, aufhören. Oder? Ja. Ich habe es weitergehauen. Titi hat gewonnen. Das ist echt so. Ich mag diese Runden. Ich weiß immer nie, was ich noch sagen soll. Ja, Teresa ist gerade wieder raus. Zwei, vier, sechs, acht. Okay, dann machen wir es ohne Teresa. Die eine Folge, äh, Runde. Rocky sagt, ducken. Aufstehen. Rocky sagt, aufstehen. Ducken. Englischbuch ist raus. Ich habe das genau gesehen, Frau Englischbuch. Rocky sagt, einmal springen. Nochmal springen. Alexis und Lissi. Lissi? Lissi. Ja. Eki und Caro sind noch drin. Das ist ja mal eine ganz coole Sache. So, jetzt rückt ihr mal ein bisschen zusammen, bitte. Jetzt ist Eki raus. Rocky sagt, rückt mal ein bisschen zusammen. Ich finde es immer wieder lustig, wie Eki aus sowas reinfällt. Rocky sagt, ducken. Aufstehen. Rocky sagt, aufstehen. Rocky sagt, einmal umdrehen. Rocky sagt, nochmal umdrehen. Springen. Rocky sagt, einmal... Tete ist weg. Rocky sagt, einmal springen. Nochmal. Rocky sagt, ducken. Rocky sagt, aufstehen. Rocky sagt, mitkommen. Rocky sagt, stopp. Und weiter. Warte, Niki war doch auch noch mit dabei, oder? Ich glaube, die Einzige, die jetzt gerade noch hier stand, war Kiara. Ja. Ja, Kiara hat gewonnen. Nächste Gewinnerin. Ich bin so gut. Ich siebe hier die Leute aus. Ich siebe sie einfach aus. Rocky sagt, Ausgangsposition einnehmen, bitte. Rocky sagt... Caro guckt erst mal nach unten so, hä? Rocky sagt, ducken. Aufstehen. Rocky sagt, aufstehen. Rocky sagt, einmal umdrehen. Rocky sagt, einmal auf den Boden gucken. Rocky sagt, einmal in die Luft gucken. Und nochmal auf den Boden gucken. Das war jetzt schon fies. Es ist immer noch keiner rausgeflogen. Rocky sagt... Rocky sagt, einmal ducken. Und wieder aufstehen. Ach, Eki. Eki und Alexis. Und Lissi. Ich hab's genau gesehen, Lissi. Ich hab's genau gesehen. Raus da. Rocky sagt... Caro aufstehen. Rocky sagt, Kiara aufstehen. Rocky sagt, Niki aufstehen. Rocky sagt, alle aufstehen. Hinsetzen. Rocky sagt, umdrehen. Rocky sagt, mich angucken. Rocky sagt, einmal springen. springen. Vor allen Dingen, das lustige ist, wenn du das andere selbst mitmachst, so mit dem Springen. Die machen alles nah. Das ist so lustig. Okay, ähm... Rocky sagt, hinsetzen. Rocky sagt, aufstehen. Und hinsetzen. Rocky sagt, die drei Leute kommen mit. Rocky sagt, stellt euch auf diese wunderschöne Tafel drauf. Jeder kriegt einen Block von den drei Leuten. Bitte nur die drei Leute. Das ist schon schwierig genug. Entschuldigung. Ich wollte nicht so laut lachen. Caro. Ich komm nicht hoch. Caro. Hallo. Perfekt. Caro sagt, genau. Rocky sagt, hinsetzen. Aufstehen. Einmal im Kreis drehen. Zurückdrehen. Springen. Rocky sagt, in die Hucke gehen. Rocky sagt, aufstehen. In die Hucke gehen. Ah. Chiara. Chiara, bitte runter von der Tafel. Danke. Gut, Caro und Niki. Ihr seid also die letzten beiden, ja? Rocky sagt, nicken. Caro hat nicht genickt. Niki hat gewonnen. Das habe ich jetzt nicht überrissen. Ich finde die Runden immer wieder lustig. Vor allen Dingen, wenn Caro dann da steht und zuerst genickt hat und ich daraufhin sage, bitte nicken und sie dann... Das habe ich nicht verstanden. Okay. Noch eine Runde. Ich glaube, drei Runden reichen, oder? Erstmal. Ich meine, wenn wir jetzt zehn Runden machen, dann kann es ja sein, dass es... Aber eine ungerade Zahl bringt elf. Ja, echt so. Noch eine Runde. Du wirst vier sein. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Runde. Eine Runde noch, Leute. Eine Runde. Letzte Runde. Hashtag alle an den Start. Rocky sagt, stellt euch mal ein kleines bisschen auseinander, dass er nicht alle so in der Mitte steht. Hier neben ist zum Beispiel noch Platz und da ist noch Platz und so, dass wir alles gut schön überreißen können. So, Rocky sagt, stehenbleiben. Rocky sagt, mich angucken. Rocky sagt, ducken. Aufstehen. XHX ist raus. Das ist gar nicht so einfach, ne? Müsste man sich mal dran gewöhnen. Das ist aber schwer, dich jetzt anzugucken, wenn du hin und her wuselst. Hier ist absichtlich, mach, guck mal. Und aufstehen. Rocky sagt, aufstehen. Hinsetzen. Caro ist nicht aufgestanden. Caro, du bist raus. Was nicht Rocky sagt? Doch, klar. Jeder ist aufgestanden, außer du. Hinsetzen. Rocky sagt, hinsetzen. Und springen. Lissi. Rocky sagt, aufstehen. Hinsetzen. Rocky sagt, springen. Hört auf. Rocky sagt, stehenbleiben. Caro, hör jetzt auf. Rocky sagt, hinsetzen. Aufstehen. Rocky sagt, aufstehen. Und umdrehen einmal. Rocky sagt, umdrehen. Nochmal umdrehen. Eki, kannst du dich mal umdrehen? Nein. Bitte dreh dich mal um. Nein. Eki, Rocky sagt, dreh dich jetzt mal bitte um. Hi. Rocky sagt, alle anderen drehen sich bitte auch um. Und einmal springen. Guck mal, so. Ganz einfach. Lärterst du. Rocky sagt, umdrehen. Rocky sagt, hinsetzen. Rocky sagt, ausstehen. Rocky sagt, nochmal umdrehen. Rocky sagt, hinsetzen. Rocky sagt, ausstehen. Rocky sagt, nochmal umdrehen. Hinsetzen. Englischbuch ist raus. Rocky sagt, hinsetzen. Rocky sagt, umdrehen. Rocky sagt, nochmal in die andere Richtung drehen. Rocky sagt, aufstehen. Umdrehen. Tite. Tite. Rocky sagt, stellt euch mal bitte alle in die Mitte wieder. Die in die Mitte ist die schönste Seite tun. Tite. Rocky sagt, alle mal bitte nach vorne gucken. Und hinsetzen. Rocky sagt. Rocky sagt, hinsetzen. Rocky sagt, ausstehen. Rocky sagt, kommt mal alle mit raus. Warte mal, zwei, vier, sechs Leute sind das. Okay. Kommt mal alle mit raus. Sind wir alle da? Nee. Ach, scheiße, ich hab was vergessen. Stopp. Stopp, 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 stopp. Alle Leute, die jetzt Stopp gemacht haben, haben verloren. Ecki. Ähm. Oh, das ist doch mies. Das ist ein mieser Peter. Ja. Guck mal, wie jetzt lacht. Das ist lustig, ey. Ah, lalala. Rocky sagt, setzt euch mal hier auf die Bänke, bitte. Also bitte die, die auch wirklich noch dabei sind. Danke. Es waren nur noch, sind nur noch vier? Ja. Au. Au. Ich sterbe. Hört bitte auf, jetzt hier rumzuschießen. So. Äh. Rocky sagt, ausstehen. Rocky sagt, ducken. Aufstehen. Rocky sagt, umdrehen. Okay, Rocky sagt, rennt mir bitte hinterher. Und immer schön auf der Diamantlinie bleiben. Also ich weiß ja nicht, ob Alexis noch dabei ist und die ja, aber die sind beide raus jetzt. Ja. Auf jeden Fall. So, dann komm, dann sag ich mal, Rocky sagt, die beiden, die jetzt noch mit dabei sind, bitte hier hoch. Sind das Chiara und Niki? Ja, scheint so. Rocky sagt, hinsetzen. Rocky sagt, aufstehen. Rocky sagt, hinsetzen. Umdrehen. Rocky sagt, aufstehen. Rocky sagt, umdrehen. Was soll das eigentlich jetzt, Alexis? Geh mal weg. Wer hat das denn gebaut? Rocky sagt, umdrehen. Jenny. Hier ist ein Weihnachtsbaum mit Schlitten drin. Jenny. Umdrehen. Umdrehen. Hallo, ich hab gesagt, ihr sollt euch umdrehen, bitte. Rocky sagt, umdrehen. Umdrehen. Rocky sagt, umdrehen. Rocky sagt, ducken. Aber umdrehen hat sie nicht gemacht, Chiara. Damit hat Niki gewonnen. Ja. Kursiicht. Badabing. So, und das waren dann schon vier Runden, ne? Ja. Schon Kressa schisselt, du.